in der letzten folge haben wir uns auf den weg gemacht zur oberland station und haben auf dem weg dahin ein haus mit ghoulen gefunden und eine deiner besitzerin die ein problem hatte der haben wir natürlich geholfen und jetzt setzen wir unseren weg zur oberland station fort so automatisch gespeichert du bist ausgeruht ja ach ja level abgenommen da können wir gleich noch mal speichern denn so was wollte ich jetzt machen waffen freak eigentlich passiert wenn ich hier aber ich level 24 kommando nee was ist das hier der arzt gesundheit wieder wer entfernt noch mehr strahlung ja aber das bringt mir nicht so viel wesentlich mehr strahlung stellt die gesundheit vollständig wieder her aber das problem ist ja immer dass man so durstig wird so soll ich den waffen freak mann was ist das hier medikamenten resistent es benutze ich sowieso nicht so gerne ich noch nie benutzt hier so waffen freak gehen wir mal so jetzt habe ich an zwei mods für waffen okay jetzt habe ich auf jeden fall an 1 jetzt weiß ich gar nicht was wir als nächstes nehmen und was cool dass mal das hier wäre ja auch noch frei da wir jetzt ein gewehr haben oder einfach hier noch dass wir mehr schadens resistenz kriegen 20 schadens resistenz hier kommen wir noch nirgendwo hin wissenschaft ist auch noch es wäre noch ein punkt den wir machen könnten so noch mal speichern wollen wir das nicht noch mal machen das ist schon eins ich weiß gar nicht wann die sonne aufgeht aber anscheinend noch nicht also gar nicht wie schnell die zeit hier vergeht wenn man sich so bewegt das haben wir ja gut gelöst schade und ich dachte sie sagt wir verlassen jetzt ist deiner einfach und gehen in deine siedlung weil die einfach besser ist so wie wir ihr vielleicht sagen dass nicht dass wir eine eigene siedlung haben oh ja über den anderen auch gleich sagt sagt den anderen auch schon ja mehr sind hier gar nicht hier leuchtet ach der leuchtet in der nacht ist da noch einer da blutkäfer junger jungtier wie sehen denn die großen aus blutkäfer rüssel das braucht man auch für das labor so sieht es aus kann man die in der nacht gut finden diese leuchtenden pilze noch mal gucken ob wir den apotheker skill den als nächstes vielleicht freischalten können ich weiß nicht aber da kann sein dass wir zu doof für sind was sind das mit der jetzt gar nicht rein doch wenn wir hacken bringt auf jeden fall erfahrung so gar kein treffer flieh das ist eine übereinstimmung sicherheitssteuerung öffnen sicherheits türen werden geöffnet okay zurück ah haben die was bei er hat auf jeden fall was bei fusionszelle patrone patrone scanner oh der hat eine ganze menge zeug bei blittergranate und molotov cocktail das war ja schon mal nicht so schlecht so hier ist den können wir bestimmt auch zerlegen aber das möchte ich gar nicht so nehmen wir lieber die waffe raus auch wenn wir ein bisschen langsamer sind so ach der überlebensmodus der machte einen ganz schön fertig sucht man andauernd nach irgendwelchen betten um jeden kleinen fortschritt zu speichern die hatten anscheinend gar keinen wett doch hier kaputt auf first aid aufbereitetes wasser ist auch immer gut so wie weit sind es noch und wie hier vega fertigungsanlage hier ist dieses andere drive in was wir schon mal gefunden haben nur hoffen dass auf dem weg nicht so eine krassen sachen noch sind wir uns schießen wollen auch nein mehr radioaktivität da ist feuer und da auch menschen ne ach das ist nur ein licht was denn hier ein käfig ne ammunition hier gibt es nichts weiter das ist ja auch gar nicht ob die menschen hier aus licht reagieren die einen eher entdecken jetzt kommen wir wieder in diese stadt mit der fertigungsanlage wo man hat jetzt ständig angst zu sterben dass alles wieder weg ist eine rat kackalake die müssen wir nicht machen ne die kommt auch nicht her hoffblume ne das ist nur ein auto da sieht das ja aus nach einem camp müssen wir das auch ein autolager können wir das anschleichen vielleicht da gibt es bestimmt auch irgendwo eine tür im keller hallo ich rollwurfsratte ach so oh nein so zack die haben wir erwischt gibt es denn hier noch noch eine ne oh hier ist noch Gefahr da ist irgendwo noch eine oh nein die ist tollwütig die haben wir auch überlebt Schnapsglas hatte die bei noch eine so wir haben nicht mehr so viel Leben äh ne Hilfsmittel wir haben ja ganz viel ach den Rattisch können wir jetzt mal essen zack der macht uns voll der Kasten ist hohle kompensiert schwer oh warum mache ich denn dafür Erfahrung gekriegt nur weil ich die Waffe da rausnehme vielleicht ist der Autoplatz auch verlassen und nur die Matratze liegt noch da ne ne wo müssen wir denn hin hier auch nicht naja ein bisschen naja ist anscheinend richtig jetzt nein hören sich denn immer merken wo man vorher war so vielleicht yeah cool so das brauche ich das bringt nur Stahl da haben wir nichts von so da ist Radioaktivität anscheinend wir sind aber noch versteckt warum brennt denn das Cola Cherry so ne das ist die Reifen die brennen aber warum brennen die denn wir hätten die bitte angezündet lange grüne Lumpen von Kinder von Atom Kinder von Atom kann es sein dass die aus Teil 3 waren dass die Kinder des Atoms so ne so ne Art Sekte war das ist gerade nicht mehr so hier ist Radioaktivität drin hier ist ne Matratze yeah dann haben wir das ja schon mal geklärt Schreibtisch da ist nix wer was was n wie hätten der das mitgekriegt so hier ist einer Kaugummi da ist ein safe im Boden die bekomme ich so nicht auf ah ja oh das können wir machen das ist ein bisschen schwerer ne hier sind jetzt mehr Buchstaben ja wir machen einfach mal Scheiner zwei Treffer oh so das hier ist auch SEI aber SHI das sind zu viele Treffer Spirit das hat jetzt nur einen das heißt entweder ist es das S nicht oder das I nicht an der zweiten Stelle aber das hat schon zwei Treffer gehabt das hier ja in diesem Terminal findest du die Worte des heiligen Atom Entdeckung Riesen sei Atom vielleicht gibt es ja auch Karten Updates wenn hier jetzt irgendwas steht zu Ende es hat unseren Ort volliger strahlender Macht gesegnet okay unsere Mission werden hier werden wir Atom ein Schreiner richten wir sind wahrlich gesegnet äh Atoms Macht aus Fässern und den Maschinen die sind da total bescheuert ach hier ist der Save dafür ist es eigentlich da so zurück es ist Kronkorken Patrone Patrone Jagdgewehr folsterte Raiderrüstung so kannst nicht schlafen während du Strahlungs Schaden erleidest äh das war ja schlecht jetzt sieht es doch so aus als ob wir mal ein Red Away nehmen müssen wir haben ja so viel jetzt bin ich müde ich bin hungrig naja ich hab alles ich hab richtig Probleme jetzt Red Away macht einen immer richtig kaputt Moment mal das hat nicht mal was gebracht doch das verringert sich langsam esse ich nicht noch was doch ich esse doch gerade warum wie kann ich denn Hunger haben hungrig es ist total bescheuert ich esse gerade und hab trotzdem Hunger Hefliegenfleisch Kaugummi kann ich essen Jägerhahn am Stiel du fühlst dich besser aber immer noch hungrig Rausrattenfleisch ne ich möchte eine Pilzmilch aufheben Radhirschfleisch Kakerlakenfleisch ach Schlammbohne genau du bist gut genähert das ist schön aufbereitetes Wasser nochmal äh ich hatte gar kein Durst schade so jetzt lege ich mich aber nochmal hin um das zu speichern wieso konnte ich denn das vorher von hier okay anscheinend nicht ich hab ja vorher gespeichert so gibt's hier noch irgendwas tolles Munition jawoll von einer Art die ich gar nicht brauche das macht nix so kann ich die mal wie viel hab ich hier jetzt immer noch nicht so viel oh die ist schon wieder tollwütig so 26 hat die gegeben auch nicht schlecht so da haben wir jetzt auf jeden Fall ordentlich Fleisch da können wir wieder ordentlich was grillen draus aha wie lang geht's ja und jetzt bin ich schon wieder anfällig für Krankheiten und müde oh da wird was angezeigt Mr. Handy ist hier eine kleine Siedlung so Waffe weg hier ist eine Mini-Siedlung die von Mr. Handy besetzt ist ich will jetzt oh Gunn Feuerunterstützung hör das will es nicht anhören ich will erstmal schlafen Mr. Handy kann ich mit dem reden hallo der Weg ist zum ersten Mal viel weiter als erwartet in der nächsten Folge geht die Reise nach Oberland Station noch weiter bis zum ersten Mal 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017